Gerd Ich mach' Der Chateau, du und du mal gefallen und besagen wir der Wald jede Menge Holz Ah, ich war nicht dran Ja, ich brauch' bitte jede Menge Holz Oh, nö Was? Ich schaue schon wieder aus wie das Standardmantel Ja, kann man nix machen Hau mal hin Mann Sein Schiss Ja, Sigmus, wir haben einen Back zur Zeit Wir haben mehr der Back zur Zeit Wir haben mehr der Back zur Zeit Ja, damit muss man manchmal leben So, so Eis, ah, hockfänger Wul 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 Das ist Nacht Wul 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 un Wul Falltüren machen für das. Das wird lustig, ja. Kannst du mir glauben. Es ist Nacht. Ja, juckt mich jetzt nicht. Juckt mich jetzt ehrlich wenig. So. Ah. Das Föderkette sind wir nicht hin. Oh, was? Jetzt brauchen wir einen Hebel. Haben wir da keinen? Ah doch da, Mann. Ich wusste, dass ich einen lang gemacht habe. So. Weil ich hoffe, dass es klappt, dass ich immer das vorspril, aber normalerweise schon. So. Komm mal her. Da. Hinter dem. Wait. Jetzt muss ich da jede Menge Falltüren hersetzen. Holz. Das ist ja viel zu wenig. Ja, ich bin ja gerade nicht der Bicht drauf da draußen zu sterben. Ja, dann komm her. Dann legen wir es halt in den Boden da. Musst nicht extra deswegen die dir zu machen. Bei mir schwebst du in der Luft. Ja, bei mir auch. Ja. Dann hast du einen Tag. So. Was? Was? Was denn? Ich hab dir einen Bug gehabt. Du hast doch immer Bugs. Wow. Wow. Was war das jetzt da? Hey, lass dich doch nicht von einem Creep umbringen. Ja, ich warte, dass ist ein Creep. Weiß ich kenn das Geräusch. Ja. Jetzt pflanzt die Falte wieder falsch hin. Jetzt kommen wir wieder in den Aui, Hö Hö feil Holzakram Vielleicht kann Fahler, ja? Ich haus Sumpfgebiet, da ist man so langsam unterwegs Jetzt kann ich auch nichts machen Ich bin gerade ein bisschen am experimentieren Du hast gerade wenig Zeit für deine Probleme Weißt du? Ich kann auch Zeit für meine Probleme So oder nein? Sollte man Zeit für deine Probleme haben Muss einer mehr die Seelensauger oder was? Ja Mhm Und Ramesch aber auch allein Kann sein Das wird halt wieder mal so eine Feldfolge Das Aber das ist mir Für mich eher Holzakfolge Jetzt brauche ich doch allein aus Rezepte, wie man Redstone-Repeater macht Ja Äh Gute Frage Ich weiß das nimmer Ja 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 Also so dafür, dass man vielleicht Einen unterirdischen Bauen Gaufen Dings Ich hab mir eigentlich genug Ding Sucks gleich genug Zepplings Ja 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 Kann man ruhig machen, das ist halt einmal nach einer anderen Folge Wir finden ihn Redstone, Redstone What you gonna do? Okay Okay, Pilze Ich lass immer an An Holz liegen Cool Bis jetzt funktioniert es einmal, ich brauche noch alleine einen Repeater Das ist eine verdammt lange Strecke Ja Schafft es gerade einmal die Hälfte Aber bis jetzt Aber es funktioniert so wie ich mir das vorstelle Und ich weiss auch schon, wo ich die Repeater einsetze Jetzt brauche ich dann allein mal noch das Rezept für die Repeater Dann googles Google ist dein Freund Ich mag jetzt nicht schon wieder meinen Browser starten Ich brauche jetzt nicht schon wieder meinen Browser starten Jetzt brauche ich dann alleine noch das Rezept für die Repeater Ich werde eh nichts anderes nutzen Ich werde eh nix anderes nutzen Ich werde IPT braucht eine halbe Stunde Ha 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 ha, haben wir IPT-Uni 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 Die Folge ist eigentlich ehrlich gesagt Ich hab jetzt nachher schon wieder bald umgehen Ey, du wirst schon verhorchen Vier Minuten Vier Minuten Ha 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 ha, haben wir noch So Ja, ist ja egal So lang Zwölfe Ich hab's jetzt auf zwölfe erhöht Ja, zwölfe Boah Zwei Minuten Was? Ja, du in zwei Minuten schaffst Profil Achtung Schande Oh, da brauche ich Redstone Fakkeln Oh, oh, oh So Ja, um ein Repeater zu machen Wir machen Redstone Fakkeln Ja, dafür braucht man Redstone Fakkeln Ja Vierer brauche, der sagt, die brauche auch 8 Fakkeln So, was brauche ich doch noch? Hat keinen Arsch Hat keinen Arsch Hat keinen Arsch Ja, zum Glück habe ich noch meine Mobile Crafting Table mit Haha, Mobile Crafting Table Aber keiner stecken Hä? Aber keiner stecken Hä? Das war so krö Ja, du hast ja Holz Oder etwa nicht Ja Nein, jetzt eine Spitzach Ah, ich find's Auto Schon vor lauter gewähnt Hey, das kann passieren Oh, jetzt habe ich wieder nichts mehr frei Oh, verdammt Das habe ich vergessen Ich muss die Sachen zu Strahner brennen Hey, komm, hau mal das scheiß Glas aus Hey, Glas ist nicht scheiße Leute, die die jetzt haben, sind scheiße Haha 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 Na, nein, dass sie nicht forschen Ja, ma, jetzt habe ich Angst Sie geschehen wie ich zitter Zitter, zitter, zitter Ha, 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 fail Hey, wir haben 32 Eichensätze, okay, da kann man mal, glaube ich, ein bisschen was machen Was denn? Ja, die kleinen Bugs wie immer Die Tachato Bugs Tachato Bugs Exklusiv Der sich immer einbildet So, jetzt habe ich meine Redstone Repeat Peter ist stärker Sonst soll das ganze klappen Sollte Muss es Es hat Ja Es muss So, das bringen wir so Ja, verreckte So Verrecker dafür Passt Signal auf Tuch, jetzt brauche ich leider das Holz für die Falltüren Haha Aha Ah ja, das darf keiner sehen, bis ich es fertig habe Ja Sonst verdarren wir ja die Überraschung Kommen wir mal her mit dem Holz Ja, wait a minute Eine Episode dauert keine Minuten mehr Laut meiner Stoppuhr Ist der im Crafting Table Raum? Was denn jetzt schon wieder? Ich bin durch Zuckerrohr gelaufen Ja Knaps An der Tatsch Ja Ja Ja, das bringt schon auch deine Du zusammen, gell? Ding Gib mir das ganze Holz Bei mir ist gerade die Zeit aus Aber das mache ich jetzt noch fertig Wie hast du das Gesicht da? Ja, mein Pech gehabt Wow, da haben wir jetzt mal Holz hier zum Genüge haben wir da jetzt mal Ja Gut Ja, was Das jetzt aber teilweise so Ja, was, Zeit vorbei, dann mache ich da einen Schnitt einig Na, warte noch, ich möchte das zerstörtig machen Heee 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 Ja, du mir er Ja, du mir er Just wait a moment Wie Waaait a minute Ich hab Segel ja so geht ja schnell fertig macht nun können sich die fans anschauen weg klotzen das da ich mach wieder was zum puten du das ein Brot mega so ich bin fertig muss ich grad schauen ob es noch funktioniert jawohl ich kann den zweiten jawohl funktioniert oh verdammt da zerfällt dir in die falsche Richtung gemacht heil das muss ich grad auf die andere Seite noch mit tun zwei Brot ich bin so stolz auf den ich bin so stolz auf den wir sollen jetzt Brot reinbekommen weiß ich nicht auf jeden Fall hey ihr habt die Idee was ich mach boah oha da schaltet die Tieren echt mit oder was ja dann hab ich noch eine coole Idee nein jaja nein 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 na, nein 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 ich hab da nichts das ist ein klaren Fehler so ist das jetzt gegangen ich weiß sie nicht ich muss da gleich kurz eine Fackel wegführen die platziere ich da her, ich brauche nur 2 Redstone 1 Redstone was denn wir halten uns eigentlich kaum an die Zeit eigentlich aber wahrscheinlich stopp wo ha funktioniert jetzt musst du anschauen nein du tust das weg so jetzt kannst du schauen keinen Mann so Leute jetzt Premiere was jetzt oha hab ich ein bisschen falsch programmiert ja eigentlich kann man das eh schon sagen das ist so ja es ist so eine Falltürverbindung zwischen den einzelnen Feldern ja dann muss man nicht auf das Wasser warten ja 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 Leute das eh boah ha 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 scheiße scheiße ok das mit der Tür, das muss ich noch bis überlegen ja ja also das war naja unsere eingängige Folge aber das passiert halt einmal ich wollte das jetzt halt unbedingt fertig machen auch wenn es noch nicht richtig fertig ist das werde ich jetzt außerhalb von der Spielzeit werde ich das jetzt noch richten also wir bedanken uns wie immer dass es mit uns zugeschaut hat ich hoffe es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal voll zack haha ja ja